Sag mal, gibt es doch noch nie genauer, was meinst du? Also, ich glaub da persönlicher noch dran. Ach klar, Junge Mann. Ich hab gehört, der kommt doch eben sogar in A3. Nee, du... Halt! 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 Wenn die Minox sei, sag allen Bescheid. Wenn die Minox kommen und sag bei der Hand, dann ist bei der Zeit. Jo, tank! Was machst du? Nein, du bist doch mal. Ich hab das zwei. Okay, wir lassen mal Gnade rein. Ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho! Hier kommst du Nikolausen, jo jo jo! Wie haben wir denn da? Servus! Oh, es war Nikolausen! Warst du auch immer brav? Ich war immer brav! Hast du Pass auf immer gelernt? Nicht immer, aber dafür jetzt! Ah, umso fleißiger! Warst du auch in einem Tutorien? Nein, nein, da geht man ja wohl nicht rum! Okay, für die richtigen Studenten! Für die richtigen Studenten bringt der Nikolaus immer was! So geil, was geil hier! Hallo! Der Nikolaus kommt sogar in A3! Ja! Nikolaus? Ja! Ach so! Und, äh... Ja, sie schiebt gerade ein, weil sie ein Klärfuß! Sie schiebt sehr gut auf! Ah, ja, das Übliche, das kennen wir, ne? Ja, das kennen wir! Na mal, das sollte eigentlich eine Route geben! Das sind keine Art von Spenden! Keine Art von Spenden! Keine Art von Spenden! Viel gelernt! Viel gelernt schon? Ja? Könnt ihr danach schon ein fleißiges Lern-Gedicht aussagen? Eine Formel, oder so? Ja, also eine Formel! Ja! Ja! Spanisch? Ja! Spanisch, oder? Dann wollen wir etwas Spanisches hören! Fröhliche Weihnachten auf Spanisch! Ja! Ja! Ja, nach 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 nach! Ja! 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 Das war sehr gut! Komm, ein bisschen knackig! Ja! Hier haben wir unsere Englische Guest, woher sind Sie aus? Utopia! Utopia? Und Sie sind hier? Indien! Hier, zwei coolen Nights, sehr international hier! Und heute ist Nikolaus, Sie kennen ihn? Ist es in Indien oder in Italien? Nein! Nein! Hier in Deutschland haben wir es alle 6. Dezember gemacht! Ja! Und wir geben ein bisschen süßes zu coolen Leute! Das ist cool! Wir lernen viel! Und für Sie, Sie sind sehr cool! Und für Sie, Sie sind sehr cool! Und für Sie, Sie haben einen schönen 6. Dezember! Könnt ihr auch Nikolaus mit dir? Ich war's! Oh! Moin! Ja... Nikolaus war ein Lieber Mann! Ja! Der immer nach Hause kam! Ah! Ah! Und er hat viele Geschenke immer dabei! Dann ist er auch mal wieder vorbei! Ja! Ah! 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 Ich kann auch nicht sein. Oh, wir haben ja nichts für den Bild, kriegt leider nicht so Nikolaus. Ich zeig ihm alles. Ho, ho, ho! Hendrik aka Spidi und Hacke Style auf Start mit Paolo OJ Weisshaus. Ein fleißiger Student aus der Puma. Ja, hast du auch fleißig gelernt, Paul? Ja, natürlich. Bist du dein Top-Fett mit deinem Monster-Trick? Also mentale Vorbereitung auf die Feier nachgesiegt, Leute. Wer hast du denn noch unter dem Semester brav gefeiert? Natürlich. So was belohnt ihr nicht mit dem Ausgaufschirm. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir noch was haben. Wir haben wieder seinen Energie-Booster in der BK. Wir haben ja gestern den Ernährungsplan gemacht, damit ihr ihn nochmal auftankt. Ein braver Junge, ein braver Junge. Er feiert 30, er lernt wie ein Booster-Stück. Und dann rufen wir mal an. Wir haben ja noch den ersten Jungs ausgesagt, aber es ist nicht so schön. Wir haben nicht so viele Kostüren, wir haben nicht so viele Kostüren, sondern wir haben so viele Kostüren, wo wir sagen, wie wir für die Einfluss im Dachshaus machen können. Wir haben ja auch die Kostüren, die Kostüren haben. Wir haben nicht so viele Kostüren, Wir haben nicht so viele Kostüren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017